Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wegen der Sache mit der Bank Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschmissen hast Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung Im Volksmund auch noch genannt, wie? Idiotentest Und wer glauben Sie, ist damit gemeint? Ich bin ein Idiot, Sie oder ich Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen Oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen Taxi-Driver? Genau Herzlich willkommen, Fleischbällchen Die sind gut? Mhm Stell dir einfach vor, wie man mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würde Und wenn die Haltung stimmt, brauchst du drauf Ich gebe den Tipp Schneid dir die Haare, kauft ein paar ordentliche Schuhe und such dir den Job, so wie es alle machen Brigitte oder was? Wie alt bist du? 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte Dabei wirst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt Julika, können wir wieder reingehen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen belassen Schimmer, wovon die überhaupt reden Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Wir haben so ein Tagesangebot Da gibt es dann für zwei Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke Alles hausgemacht, alles bio Soll noch Milch rein? Mh-mh Dann haben wir Sojamilch Bitte nicht